oh nein ich habe kein voice pack oh gott ich gehe in die ecke also lohnt sich jetzt mit der warlock staff stacken oder book of top track kann ich ja gar nicht sagen ganz ehrlich ich sehe versuchen wir einfach mal was anderes arabische welt damit ich nicht angeschrien werde habe ich jetzt multipod geholt oder fettes haus beweg dich ich wollte das sagen also ich will hier nur multipod sind und also ich bin mit lehner ich brauche mal einer pot achso kein voice pack zu haben das fühlt sich so ekelhaft an was gehe ich als erstes meine 1 oder was ja instacast instacast lass dir 1 auf normal weil du hast ja nie das ist jetzt eine ja das war jetzt mal lohnenswert wir haben aber ja gut eine text bietet und barbe jacke ist recht habe ich gesagt die gibt es überall ich habe vergessen dass ich alles auf instacast eingestellt habe also alles meine port oder mein dash ich mach mal mein dash das ist jetzt so ein l ich komm wieder hin mach das damage ja wo ist mein haus komm mit dort das ist jetzt wieder so ein u achja hat er jetzt seinen buff hallo haus oh der ist ja von der bodyguard der clear ist mich vergesst nicht wenn er in sein heal steht ist er stärker ne ach so der buff ist von ah der buff von raa ist auch da ja ich mein schon ja ich hab mir die patchworks nicht durchgelesen warte der heal ist gleich aber du bekommst 10 physical power in der ersten stupe und 20 magical power wenn du da drin ich glaube er komm haben die überhaupt nen jang da mhm der sambo kong ist wahrscheinlich afk weil der ist immer nach level 1 mhm hab sie gedroppt ich hab ich bekomme gerade nachrichten von irgendwelchen leuten gib mir healing bruder ich dachte mein haus hielt mich 8% wenn du keins hast zum stacken nur wenn du keins hast zum stacken gibt es dir 8% deines lebens heal ich hab kein mana sonst wärst du tot und mhm minions oh lol bruder du bist ich muss dich töten ich muss dich töten oh lol nein fehl töten hat du bist mein haus grad im 1 gegen 1 irgendwie hey ich dachte mein haus hielt nicht irgendwie blick ichs nicht ja nur wenn du kein item hast Und dann kriegst du insgesamt ab. Hab ich nicht, hab ich nicht. Mein Book of Topf hab ich Tier 2 erst. Ah, das muss ich auch aufladen an Gegnern. Achso, ja. Ach, nur wenn... Ah, okay. Wenn Gegner in der Nähe sind, lädt es sich auf. Dann hast du da diese Leiste am Haus. Ach, sonst heilt es mich gar nicht, wenn kein Gegner da ist. Genau. Achso. Deswegen musst du auch gucken, dass du eigentlich am besten so einmal zum zweiten Tower läufst, damit das Haus in der Nähe steht von ihm. Okay. Ach, damit es da stehen bleibt. Genau. Okay. Zerbrus kommt zu dir, Julia. Vorsicht. Hier. Dein Buff. Te... Thank you. Ich helfe dir. Ich würde kurzblechen. Warte. Jo, ich auch. Haus, komm her. Also ich zum Beispiel hab das gemacht. Ich bin einmal bis zum Red Buff vom Gegner gelaufen. Okay. Ah, da ist der Bukong. Da ist er. Okay. Der ist zum Bukong. Ich hab keine Ahnung, was der macht, der Bruder. Auf jeden Fall hab ich mir kurz den Red Buff gesneakt. Okay, Haus bleibt da stehen. Ja, Vorsicht hat keine Beats mehr. Äh, Ra fehlt. Okay, also wegen meinem Pods, gell, die Augen, die geben mir Damage, oder? Was oder was war das? Ich hab' vergessen. Die... Die... Die P war das... Mh... Warte. Die Froschaugen. Ich glaube... Mh... Mh... Die geben den... Die einen Damage ab. Aber ich weiß nicht, die P. Irgendwas hat geslaut, irgendwas hat Damage gegeben. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ähm... Du hast auch... Ähm... Du hast drei verschiedene. Mh... Du hast die Froschaugen, du hast die Drachenschuppe und... Ich muss das mal kurz lesen, Alter. Wolfszähne. Wolf, ja. Was hat das jetzt nur Wolfszähne? Mal gucken, was das macht. Muss lesen. Jedes Drachenauge gibt einen Slow. Wolfszähne gegen Attack Speed Slow. So... Power Attack. Abbrotierte Ulti. Äh... Okay. Each Eye increases Damage. Okay. Ich hab echt Pech, wenn ich euch gegen Kopf das war irgendwer. Was nutzt? Das ist echt Hacke. Oh. Entschuldigung. Oh Gott. Entschuldigung, gut. Ich hab ihn geultet und dann hab ich ihn gekillt und ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich ihn gekillt hab. Okay. Ich würd ja sagen easy, aber war's nicht. Ich muss kurz weg gehen. Alles gut. Na warte. Hier brauch ich. Nein, ich will nicht dran sterben. Oh! Nice. Fuck! Sooo... Nein! Nein! Danke! Nein! Selberes Ulti bleibt. Okay, so schnell hab ich noch nie Book of Toph gestackt. Mhm. Das ist halt übel. Naja. Drüber gesch... Das ist so süß, wie das zu einem läuft. Ich glaub da ist jemand verliebt. Ist richtig süß, Alter. Ist wie so ein kleines Mädchen, das zu dir läuft. Äh, Ra kommt nach links. Mhm. Alles gut, ich bin im Tower. I am on my way. Pass auf die Apothete. Oh, wie viele sind hier? Ich dachte mit Rechtsklick kann ich das, äh, dingsen. Kann ich anscheinend nicht. Lol. Hab ich selbstgebodyblockt. Wurf. Ich geh mit aus. Das sieht so... Das sieht so geil aus. Hallo. Na, ich sollte tot sein. Hallo. Hallo. Okidoki. Ich mach den Buffy noch ready. Wenn wer haben möchte. Mhm. Gradis. Also ich muss schon sagen, der Lenklier ist zwar am Anfang scheiße... Aber ja gut. Ist irgendwie... Man muss nicht mehr angeben damit, dass man die Lenklieren kann, wenn man Book of Touch hat. Ja. Also der Lenklier ist, ähm... Nicht sche... Nein, digga. Also er ist nicht gut. Nicht scheiße, aber auch nicht gut. Nicht der Beste. Ja. Nicht der Beste. Hoppala. Ich bin weg. Die Nike trifft nichts. Fuck's nicht. Ja. Ja. Ist das für der Aga Solo? Ja. Oh oh. Der Bore ist irgendwie. Die Batterie ihres... ... ist beider. Was? Ähm... Jetzt kommt Stagma halt noch Warlock, Alter. Jetzt kommt Stagma halt noch Warlock, Alter. Wenig sagen. So, wie kann ich das Ding... Aber dein Rat ist ziemlich fresh. Wieso? Fresh. Fresh. Ist der Fresh? Fresh. Creme Fresh. Habe ich gar nicht gedacht. Kann ich zwei Potions zurücksetzen? Nein, kann ich nicht. Immer nur eine. Okay. Du kannst zwei Potions haben, aber... Du musst doppelt die Taste drücken, dann ist die eine im Haus und dann hast du die als unteren Slot. Also du kannst... Guck mal, ich hab bei... Da, wo normalerweise meine Ward ist. Oder so. Du hast jetzt genau... Die kannst du jetzt direkt Usen. Genau. Aber ich kann nicht beide Slots. Ne. Ich kann immer nur eine speichern. Ja. Äh... Du kannst noch eine währenddessen mit der Hand halten. Ja genau, genau, genau. Das geht. Weil die sind immer noch beide Links. Wo ist denn... Hat der Raar keinen Bock mehr auf die Midlane oder...? Okay. Die sind nicht noch beide Links. Ähm, vorne. Vor allem fahrt er sich gerade gut. Das mit den Potz ist eigentlich relativ... Schon nice. Uhuhuhuh Digga. Ja ich mein, äh... Die Potz zum Slown und Damage machen mit. Die beide halt hast. Das ist halt schon echt gut. Ich freuchte hier. Ich find's halt nice... Äh... Aber ich komm nach links. Ich find's nice, dass du's behalten kannst. Weil dann kannst du zweimal so... Äh... Potz werfen. Genau. Oh fuck, Alter. Dafür töt' ich ihn. Boah, einen Tsubukong hatte ich heute schon mal. Da hab ich nicht noch mal Lust drauf. Oh oh. Bruder. Shalom. Push jetzt hier. Okay, der Raar ist noch in der Midlane. Push weiter. Ja ja. Ich vertrau. Haben. Lol. Deutsch nicht am Point. Aber die wissen auf jeden Fall eigentlich schon meistens wo du bist. weil dein Haus dir ja hinterher läuft. Ach man. Wieso trägt dein Haus mich eigentlich? Digger hast du Miete bezahlt? Ja klar. Immer. Immer. Immer halbe Stunde vor Abrechnung. Boah, ich hab hier so'n... Boah, den Pot behalte ich, Alter. Fünfmal Damage. Aber das Gute ist, Gegner können die sehen, was für einen Pot du hast. Ja mal. Ja mal. Ja mal. Ja mal. Ja mal. Leckt die auch so komisch rum? Nein. Aber? Nein. Okay, ganz ehrlich. Ich find die Ulti behindert. Ja. Die gehen auch weiter. Wir sind beide auf Kronos pendeln gegangen. Also auch der Cerberus. Dein Haus kriegt Panik. Immer dich mal besser drum. Komm her Häuschen. Oh putz, oh putz, oh putz. Der erstmal fett im Kreis laufende in der Mitte. Das kann ich schnell nachgucken. Ich hab ja die Patchnot alle geschrieben. Mhm. Du musst den Scheiß auch so nicht können. Was mit dir? Ähm. Ja. Das gilt ab heute. Okay. Haha, Digga, okay. Der Damage ist nicht... Von den Pot ist der Damage nicht zu unterschätzen, Alter. Mhm. Mhm. Haus! Heil mich! Dort! Nein! Ich glaub der Ulrich braucht Hilfe. Ich glaub der Ulrich hat Hilfe gebraucht. Haha, Ulrich. Wie soll ich denn sonst? Peter? Es ist keiner da. Die Nike rotiert nicht. Yes. Na du romo? Na du romo? Na du romo? Gradi. Oder Gradi. Privat geschrieben? Na. What the fuck? Was? Irgendwer über Xbox hat mir grad privat geschrieben und ich kenn niemanden. Was war das? Creepy. Das war dein Haus. Na jetzt komm. Die andere Barbar ist auch hier. Puh. Ja, pass auf. Der beste Kammer-Sons kommt ja hin. Ja, pass auf. Der beste Kammer-Sons kommt ja hin. Hm. Ah ah. Da. Ja. Die CC ist nun komplett. Ach komm, warte ich mich noch mehr stunnen und... Laufen! Oh ja, laufen! Das wär schön gewesen. Oh Gott. Warte Bull, Uda. Ach scheiße. Der ist von Baba Yaga, der sagt schon ordentlich. Wo bekomm ich nen Slow, wenn ich vom Tower getroffen werde? Nein, das war bestimmt von was anderem. Von Baba Yaga kriegst du auch nen Slow. Ja, die hat aber nichts gemacht. Okay, das ist Kursch. Alter, das ist Haus. Ich schür die ganze Zeit irgendwas und denk so, what the fuck. Ja, gar nicht. Easy gedodged. Alter, spring doch. Oh oh. Oh oh, ich bin so tot. Na ja, die haben halt so viel hier. Wir brauchen halt heftig viel Ante. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt gleich auf Ante hier. Also als Support-File ist sie mehr als Smash. Ich finde, die macht zu wenig Damage. Was heißt zu wenig Damage? Es geht... Es ist nicht beschissen, aber ihr Kit... Ihre Ulti ist eigentlich unnötig. Finde ich. Also die bringt nicht irgendwas... Das ist für mich keine Ulti. Ja. Wenn man nicht entkommen kann, nicht wirklich Schaden macht, dann... Genau. Keine CC Immunität. Keine Schaden Immunität. CC Immunität hat sie zwar, aber... Du bist halt so langsam und so. Ey. Die ist so eine... Arschkotze. Gut. Ich bin der Spielermaster. Guck mal, das... Die Dinger sind so langsam, die bringen einfach gar nichts. Weißt du, in dem Video sahen die so heftig aus... Du warst. Gut. Nice. Nice, Hule. Nein. Attacke. Ja. Oh, hinter mir. Wer ist das? Baba Yaga. Baba Yaga. Komm, die natzen wir. Oder auch nicht. Lass den Cerberus kämen in der Mitte. Nice, Bro. Heute bin ich wieder da. Was hab ich so'n für'n Pott hier? Nö, der ist scheiße. Der scheiße aber... Nö, der ist scheiße. Der werfe ich weg. Der macht halt so viel Damage als Cerberus. Das ist so heftig. Ist der auf Damage gegangen, oder? Kronos Pendel. Ähm... Penning. Pendel. Und da geht jetzt wahrscheinlich noch Rode oder Karens Coin. Mhm. Neu. Boah, die können wir killen. Komm alle drauf, alle drauf. Ich find' die Afro spielt echt nicht schlecht. Jaja, die spielt... Die weiß irgendwie, wie man... Nein. Wie man abtrocknet. Nein, die Fledermöse. Also ihre 3 hat mich getötet. Okay, aber ich hab' jetzt Asi. Ich kann jetzt ein bisschen boxen. Was brauchen wir noch? Ich glaub' ich hol' sogar noch Toxic Blade bei dem Team. Ich hol' dir einfach mal drauf. Los, gucken wir mal, was bei der Ulti ist. Ähm... Okay, Digga. Was mit deiner Ulti geil ist? Du kannst, wenn du in den Gegnern drin stehst, mach' die halt Damage. Irgendwie konnte ich... Wenn das Haus runterkommt. Achso. Ah, nice. Das macht 400 oder 500 Damage bei dir. Oh, oh. Brauch' ich da. Ich konnte grad in meiner Ulti, konnte ich das Zeug nicht werfen. Das war glaub' ich... Das war grad irgendwie verpackt. Oh, bei Dino irgendwie auch schon. Der könnte irgendwie gar nicht ulten. Ja. Ist noch ein bisschen buggy. Hm. Also Stacking ist easy going, aber ich glaub' man sollte sich nicht so krass auf Stacking fokussieren, Alter. Ja. Also ich geh' jetzt auf jeden Fall ein bisschen tanky. Okay. Was für einen Pod haben wir hier? Nö, der ist scheiße. Wegwerfen. Ich fühl mir den Attack Speed, also du kannst deinen Red Guns entspannt nehmen, Bruder. All right. All right. All right. All right. Was hab' ich für einen Pod? Oh, den behalte ich. Aber ich glaub' Cooldown wär' auf jeden Fall nice bei der, weil da kannst du ganz Zeit Pods wechseln und schauen, dass du den guten kriegst. Ja. Wollen wir schnell Pyro flexen? Ja. Ich hab' nur einen Sentry Ball. Mhm. Warte, nicht flexen ohne mich. Wie ist sie? Wie ist sie? Hätte ich die niemals geschafft ohne mich. Ist das jetzt das Gegnerhaus oder ist das deins? Das ist meins. Du siehst doch den Punkt. Vorsicht, ab vor die da hinter euch. Stimmt. Sieht jeder den Punkt auch dabei? Ja, also wir sehen nicht grün. Ich bin tot. Unser Haus. Grün, das Gegnerhaus. Jargo banyak. Schau an. Da in mir Mal so, was kommt? Bist nochmal dabei? Ich bin sowas thermisch. Ich bin sowas nutzt. Ich bin sowas gut. Ich bin sowas gut. Lieb dich. Danke schön. Hey, wir sind weg. Wenn ihr rennen könnt, rennt. Uh stabil. Hi. Hi. Na, dort kannst Du deinen Staub irgendwo reinlochen. Du latscht. Was? Was? Ja ja, hast mich doch verstanden, Ämmchen. Komm. Dresch halt. Juli, wenn du kannst, aber ich bin leider in einer Sekunde. Da ist die Omini außerdem. Ja, okay. Die Ulti ist voll verbuggt, Alter. Ja, du kannst doch nicht immer angreifen mit der Ulti. Wieso nicht? Ja, weiß ich nicht. Ach so, weil die verbuggt ist. Okay, ich dachte ich muss doch irgendwas machen oder so. Ne, ne. Auf jeden Fall habe ich meine Ulti unnötig jetzt. Keine Ahnung. Sobald das einmal passiert, kannst du die eigentlich schon die ganze Ulti nicht mehr einsetzen. Na, ist ja... Ist ja nice. Ist schon schön. Also so war es eben bei meiner Joostro. Ich konnte sie dreimal hintereinander nicht einsetzen. Okay. Ist schön so was. Ja. Wir haben zwei Sentries on fire. Noch sicherer geht es eigentlich nicht. Ja, ich habe aus Versehen noch eine geplaced, obwohl eine ist ein Taro. Drei Sentries on fire. Das ist ein Hund. Ich kann mit der nicht springen. Oh Gott, Alter. Ich werde diesen Gott nie wieder spielen. Du kannst nicht springen? Nein, ich kann nicht springen. Oh, der ist jetzt auch verbuggt. Ich habe alles verbuggt bei der. Hintons, Hintons. Und wie heißt du? Ja, ich bin Gott verbuggt. Verpackt. Boah, es gab schon lange kein Gott mehr, der so hart verbuggt war, ne? Okay, ich gank die Baba hier mal kurz wieder. Hey. Oh Gott, sobald ich lande, bin ich tot. Das ist doch... Und, kann ich ulten? Das ist doch viel verschwunden. Okay, ich kann nicht ulten. Das bringt mir wieder gar nichts. Ich habe mein Leben gesaved. Oh, der Wapu schlinks. Was soll denn der Scheiß? Ich backporte mich. Warum ist die so schnell? The fuck? Verdammt. Das zackt. Das zackt. Das zackt. Das zackt. Zacki, zacki. On my way. Da kommt ne Affredite. Ja, bitte. Nein, bitte nicht. Geh doch wieder. Oh, ich sterbe. Gott. Du warst da. Ey, dieses Haus, ne? Nice, fick sie! Dick damage. Ah, Digga. Wie schön denn ist die eigentlich? Mhm. Die hat Egges. Wie kann sie nur? Ecke ist. Sie hat Ecke. Ecke. Der Joghurt mit der Ecke. Das wärs hier. Selber ist hier. Ah, nee, ich... Ja, war klar. Oh. Diese Fragen im Discord. Bruh. Du hast sie. Du hast ihn auf jeden Fall gesolot. Ich war keine Hilfe. Komm ran auf den Meda. Komm ran, Peter. Komm ran, Peter. Komm, Peter. Eigentlich hab ich voll die schlechte Erfahrung mit dem Bokong. Aber der ist vom Bokong. Ich hab absolut... Der war auch auf Kame am Anfang. Ah. Brain auf K. Mhm. Mhm. Du bleibst Magier. Mehr auch nicht. Du hältst nichts aus. Du kleine Bitch. Damage macht sie schon. Wenn sie mit allem trifft. Ja. Ich find die Eins macht gut Damage. Ja. Aber das war's auch. Die Ulti ist komplett vital. Die Zwei ist gut. Das mit den Portion ist schon nass. Mhm. Ich muss sagen, die Ulti, die macht schon gut Damage. Okay. Okay. Ähm. Ich hab den Schaden dezent unterschätzt. Oh, hallo. Gut. Normalerweise hab ich auch mittlerweile immer ein Tank-Item. Die kommen alle. Der Dings hat Blink, der... Ja. Lauf. Gehen die zu Feier, oder? Ja. Okay. Okay. Mit diesem U-Teil muss man erstmal die Wave treffen, Alter. Okay, die sind nicht beim Feier. Die kommt zu euch. Die kommt zu euch. Okay, meine Ulti bringt immer noch nichts. Sehr schön. Und ein Problem. Richtig. In Freibon. Oh, was ist das für die Worte? Oh, genau. Als ob! Ich... Irgendwie hat er gerade mein Handy. Hallo. 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 Was macht denn hier dahin? Ich muss dir vorzehren, aber du sollst hier abhauen. Was passiert? Raul down? Mhm. Sie healen sich halt so. Ja, Mann. Der Aphrodite, Alter. Ich würde sogar sagen, dass der Aphrodite echt Carrier hat. Ja, ja, natürlich. Ich versteh nicht, wie mein Aphrodite gut spielt. Ich würde ja ulten, nur um den Firegain zu securen, wenn ich ulten könnte. Ich komm, ich komm, ich komm. Fick der Ulti, Alter. Fick der Ulti, ich werfe ne Pausch. Nein. Ich hab nur noch die Münze gehört. Ich hab jemanden gekillt, wie doch. Mhm, ich hab auch einen. Ich werde hier die Buddyblock ohne Ende. Meine zwei kamen nicht mehr, alles klar. Schade. Ja, Tino hat eben auch nicht auf Full Damage gespielt. Mhm. Die ist auch unnötig auf Full Damage. Aber, also der Ra hat weder Beats noch Aegis. Er hat alles geused. Mhm. Die Aphrodite hat keine Ulti, keinen Beats mehr auf jeden Fall. Und Baba Yaga weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob so meine Axt ausgewiesen ist, oder... Ich hab keine Ahnung. Vielleicht war sie in den A3. Ich glaub, die ist da Ding, Simon. Mhm, ich glaub auch. Ist die das, die Simon? Kannst du mir mal aufhören, hätte Herzchen laufen? Ich hab's ja gegen den Freeze von ihm hier nicht. Hm. Das hab ich schon probiert. Weil ich das auch wissen wollte. Damage Mitigation Lockup Protection. Okay. Kein CC Immun. Hm. Dann habt ihr... Damage Bar für den Bedropped. Okay. Kommt zur Oni. Ich versuch's mit der Horde zu stehlen, falls die anfangen. LOL. Okay. Ich versuch da wegzukommen. Der ist ja auch hier. Ah. Hm, hinter uns Baba Yaga. Mhm. Ja. Ich weiß nicht. Dieser Gott ist für mich recht scheiße. Ganz neu ist. Aber... Ja. Ja, ich hab Friends Forever Bronze erreicht. Als Erfolg. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch von Herzen. Fickt euch. Fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Facity. F 변��. Fíve. FÄDF.